Ja, mein Name ist Zein Steinkamp. Ich freue mich mehr oder weniger hier jetzt gerade auf den Nautilis, weil es mein erster ist. Ja, was gibt es zu sagen zum Lied? Das heißt Athelophobie. Das ist einfach die Angst vor der Unvollkommenheit und ich hoffe, das erklärt sich von selbst bei dem Lied. Wieder so ein Tag, an dem der breitische Fuß den Punkt trifft und die Antwort auf, wir gehen schon los, man sieht gelungen ist. Weil es nicht der Moment spricht, weil ich sei dann auch Strahlemann, damit man den Wasser angst, nicht der Hand kann. Denn ansonsten heißt es, hast du irgendeinen Grund, aber ich hab leider keinen und genau da ist der Punkt. Das ist doch Kindergarten, ich will neue Stimme wagen, da frage aber alles und wenn diese Stimme sagt, das klappt doch nie. Athelophobie. Und wenn ich damit alleine bin, hat auch kein Wettbewerb für den Druck, der für mich ein Sinn. Was bringt es mir in den eigenen Bier, wenn denn Zeit zu verlieren, obwohl noch so viel wartet? Wo soll ich hin, wenn noch keinerlei drin in dem, was ich halt bin, meinen Weg beeinflusst? Wann kommt der Tag, an dem ich zu mir sage, dass ich trotz meiner Hand diesen Platz verdiene? Wie kann ich trotz diesem Scheiß an der Grund und den Zweifeln im Kopf meine Wellen erschließen? Jetzt komm mir bei den Fragen nicht mit irgendeinem Bibelfers, wobei kein Grund mehr der Erfüllung von dem Schießgewehr. Ich kann nicht an ihn glauben, selbst wenn es dabei geblieben wäre, denn seine Antwort auf mich wünscht, ich stehe mich zeitlich zufrieden ab. So, da stehe ich wieder mal, mit Fragen über Fragen, aber viele liegen da und schauen dabei in RTL. Was für ne verkehrte Welt in der Mensch statt zu reden, sie ist doch lieber ein Gewehrbestell. Was macht mich aus? Kann ich das auch? Für und zu fragen mich zum Untergang, oder treiben sie mich nach und nach in Richtung Bucknerland? Was bringt es dir in den eigenen Vierbänden, Zeit zu verlieren, obwohl noch so viel wartet? Wo soll ich hin, wenn noch keinerlei Sinn in dem Pass ich halt bin, meinen Weg beeinflusst? Wann kommt der Tag, an den ich zu mir sage, dass ich trotz meiner Hand diesen Platz verdiene? Wie kann ich trotz diesem Scheiß an der Grund und den Zweifeln im Kopf meine Welt erschließen? Geil! 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 Vielen Dank.